Täglich nutzen über 300.000 Stuttgarter die Stadtbahn. Durch Stuttgart 21 wird die U-Bahn um mehr als zwei Jahre unterbrochen. Oh, klasse! Dann kriege ich ja richtig Auslauf, wenn du so viel zu Fuß gehen musst. Merkst du was? Stuttgart 21 ist eben kein Projekt der Baulobby, sondern der Hundelobby. Die Streckenausfälle und Chaos werden aus dir noch ein Gassigeer machen, nämlich hier, hier und da. Die Stadtbahn fährt also nicht mehr. Wenn sie Sorgen haben, wie sie zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen kommen, wenden sie sich an Bürgermeister Völl, der auch Aufsichtsrat der SSB ist. Die SSB hatten eingeräumt, dass Stadtbahnlinien über mehr als zwei Jahre unterbrochen werden müssten. Mein Herrchen geht sich jetzt bei Völl beschweren. Hätte ich bloß meine Klappe gehalten. Yay!